Ja, willkommen zurück! Diesmal mache ich lieber kein QWT. Ach, aber ich habe gelust beim letzten Part. Aber erstmal... Ähm... Genau! AI System. Natürlich Sparring hier. Ist ja klar. Hm. So da... Lieber aggressiv und mehr kämpfen da, ne? Hab ich mir heute gesagt, ne? Na, mal schauen, ob das so klappt. Jetzt kann ich den Muffo ja ein bisschen besser. Okay. Okay, der... Die Stollen ist genauso wie ich dachte, ne? Oh. Oh. Ah, ja. Gut. Lass uns noch ein bisschen... ...arteclap, ne? Ah. Zu langsam. Okay. Oh, stimmt. Ich habe ja diesen... Da kann ich nichts machen, ne? Ah. Jetzt muss ich mir auch überhaupt nicht so klappen. Ready? Go! No. Ja. Du Geräusch. Na, du Geräusch. Nein, du Geräusch. Na, du Geräusch. Zum Stell nicht. Jetzt ist es jetzt. Na, du Geräusch. Da, du Geräusch. Na, du Geräusch. Na ja. Na, du Geräusch. Na, du Geräusch! Na, du Geräusch. Ah, ok, da ist mein Tiki Klatsch. Ok, normal, da muss ich auch klappen. Da war ich! Soll ich nicht mehr Zeit, was auch. Ach, ich wollte nur da runter. Squatchen ja. Ah, Kaiama machen, ne? Das heißt, ich weiß, dass ich es besser machen kann, ne? Oh ja, das war gut. Ready, go! Aha. Ich wollte was machen, aber es ist nicht gut genug. Nein. Dann geht es nicht so weit, kann man? oh oh ja oh 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 na so gegen dieser ach was soll das ja so es ist ja mal einfach irgendwie das machen ok der schmack auch ja oh ja oh das ist gut ja 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 Ich hab irgendwie nichts. Ich hab das nicht, Mann. Das war so nah dran schon, hm? Weg wieder. Ah, ich wollte gar nicht mehr. Naja, was ist das? Bring out! Ah, ziemlich kurz. Ready, go! Oh! Oh! Also stimmt der ab. Das kann ich ja machen. Geht das zweimal? Nee, doch. So bleib ich zweimal. Ja, genau. Kann ich zweimal machen. Hm, zweimal rückgefallen. Hm, zweimal rückgefallen. Hm, das ist nicht allzu schwer. So, Mario und Brunner, das ist auch ernst. Ja, drückt auch sehr spät aus, ne? Nee, jetzt. Na ja, gesehen. Okay, hab ich nicht mehr weggedrückt. Das ist nicht gut. Okay, noch einmal. Ready, go! Oh, schau! Tja! Oh, schau! St, richtig, die Gucke. Oh, ich bin der Grund! Oh, ich bin der Grund! Ah, das war ich nicht mehr. Ah, das war ich nicht mehr. Ah, das war ich nicht mehr. Ich habe das, was ich hier habe. Ich habe das, was ich hier habe. Ich habe das, was ich hier? Ach so, der Blatt ist der Witz. Ready, GO! Okay. Okay. Genau, das ist der Witz. Oh, der Witz ist der Witz. Ready, GO! Ready, GO! Das ist der Witz. Oh, das ist die Witz. Oh, das ist die Witz. Oh, das ist die Witz. Okay, das ist die Witz wir jetzt der Witz. Die Witz, die Witz dahin ist. Die Witz. Ready, GO! Die Witz! Die Witz. Oh ja, da hat er das Scheiße, ich habe das auch fast geschafft Jetzt mal raus mit dir, raus, raus und raus Er hat doch gedrückt, Mann Ach komm Oh, das klingt gut Oh, das klingt gut Nein Ah ja, nein, es ist in meinem Weg Ah komm Ah ja, es ist in meinem Weg Bring out Bring out Komm Nichts vor, wie ich wollte Bring out Ich glaube, ich komme mit mir, dass ich mich so etwas verüben Ich glaube, ich komme mit mir, dass ich mich so etwas verüben Ah, jetzt war es sehr gut. Ah, so kann ich auch rücken, ne? Ah, Mist. Ach, das ist doch dauernd so. Das sind die knappt. Ach komm. Ah ja. Vitamin geht's auch voran oder was? Bär das, gar nicht. Ah, falsch gemacht. Ah, perfekt. Das muss immer klappen, wenn du nicht. Ah, aber komm und klappen, so schlecht. Ah, das muss ich jetzt noch klappen jetzt machen. Ah, so hast du noch Pech. Ready, go! Okay. Jawohl. So muss das immer sein. Okay, noch einmal mit Schrappeln. Ah, zieht er aber schlecht aus. Ah, okay. Ah ja, da hat er nichts. Ah ja, muss ja, wie gesagt, immer hin. Ja, klar ist, kann ich nicht zurück. Ähm, benden. Oh, aber es ist noch nicht zu Ende. Jetzt kommen nämlich noch die Webplash, die ich noch nicht, ähm, geschafft habe. Zu sehen. Und dabei zu weiter lernen. Genau, muss man ja jedes Mal laden lassen. Aber es hat das Nerven getan. Aber da muss ich halt durch. Äh. Hätte man besser lösen können. Jetzt hat noch mal am Anfang der Playstation 2 R gelesen. Okay, nochmal laden, ne? Muss insgesamt gar nicht dreimal laden, ne? Ja, genau. Gegen Wolf haben wir, glaube ich, das ist ein Mann gemacht, ne? Das steht auch Kompo, ne? Okay. Gegen Leifay habe ich ja Fehler. Also Punishment praktisch, ne? Das. Ich glaube, den habe ich schon. Ja, klar war ich den gehabt, ne? Oder noch ein Wolf? Ja, genau die. Aber Laupey hat man schon gehabt, ne? Ich werde so ziemlich wichtig halt, ne? Wenn nicht, dann tue ich das nachvollziehen. Okay. Dann kommt mal halt der Shaolin-Bengel. Shaolin-Bengel. Was der zu bieten hat, ne? Okay, man muss immer X oder X drücken, ne? Und den K.E. des Matsu-Sahe-Sahe-Sahe-Matsa-Lerfe, ne? Okay, jetzt geht's doch. Okay. Ah, das hat er gemerkt. Sehr gut. Und... Ja, das hat gut gekön, ne? Ja, aber ich kriege... Das war's. Aber das war's. Okay. Oh, das ist doch nur die besten Kampfer der meiner Meinung nach hat. Sagt. Ah, das ist gut, die haben sich in der Mitte. Da hat er wieder abgegangen, ne? Okay, der hat er schon. Zwei Mal, zwei Mal, zwei Mal, zwei Mal. Ja, der hat er schon ziemlich schuld gemacht, ne? Da hat er natürlich langsam überholen die... ...den Bengel. Ja, da hat er natürlich die ganzen... ...Aterationen zu bedenkt. Perfekt ist man. Nein, da habe ich einen gezahlten Ersatz, wie man Perfekt gewinnt. Habe ich das schon mal gezeigt? Ihm, ich weiß es nicht, glaube aber schon. Oh, da habe ich verloren. Okay, jetzt war er ja, guter Kampf, ne? Er steht ab, deswegen verloren. Ja, klar. Ich dachte, ich habe ihn nur gewonnen, wo ich nur gewinne. Oh, weil ich sehr gut gekäfft habe, ne? Habe ich ja Perfekt gewonnen in der zweiten Runde. Und es ist sehr wichtig, Ihnen zu zeigen, wie das funktioniert. Das sind auch mal Perfekt in den Knie. Erma, tut er, kann ich einfach nur ein paar Diss geben. Ja, hätte ich das gedacht. Okay, nun jetzt hat er die Replay. Das ist nicht... Gut. Dann gegen die Ball. Lernen. Aha, okay. Man muss eher lernen, oder wie? So, gleich sind wir in der zweiten Runde, ne? Das ist ziemlich gut geworden. Ja, du hast die Fall gewesen. Okay, hier sind wir mit uns an. Okay, dritte Kio. Da wäre er ziemlich gut gespielt, meine Güte. Wenn man beim Trennenpatter, das anschaut, die... Ich denke, dann ist das nicht so gut geworden. Ja. Aggressiv. Okay, ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon, ne? Naja. Naja, ich kann's ja alles wieder, ja, die Geohlen auf. Ich kann ja noch weiter Diss geben, halt, ne? Warte mal nicht. Oh. Ich hab' nicht verpasst. Ah, das hab' ich drin. Ah, anstrengend ist mir da aber nichts. Okay, 3 zu 0. Okay, 3 zu 0. 10 Jahre lang. Ich hab' ich noch Tipps geben, wenn ich mir noch Tipps geben will. Reclaim. Reclaim. Ja, erst mal KI, dann das Video nachts, nachts, aber ich kann's nie erinnern. Ich hab' ich noch mal ein bisschen verpasst. Ich hab' ich noch mal ein bisschen verpasst. Okay, gegen Wanderseim. Da kann ich ja sehen. 2 auf 5. Was? Ich glaube, wir fehlen so ein Ohr, da wird sich was her, ne? Eh, die Uhrzeit wurde nicht mitgespeichert, okay? Oder? Ne, doch. Die Uhrzeit schon, aber nicht die... Ah, genau. Aha. Ah ja, die Uhrzeit ist, glaub ich, da falsch. Oder ist es halt, ähm, anders, vielleicht? Weil, ich glaube, um 2 Uhr hab' ich das nicht gespielt, 2 Uhr nachts. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht so war. Aber wahrscheinlich auch so ist es, ne? Okay. Okay, kann das sein. Mal schauen, was es jetzt auch hat. Okay, erst dann war das sogar, ne? Ja, das ist so gut gespielt. Ah, in Fall, Taktik gespielt. Taktik gespielt hat, ne? Trotzdem verdammt. Ja, war netter jetzt nicht so ähnlich, dass ich das schätze. Ah, hab ich nicht mit... 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 Oh. Ich bin frei! Ready? Ah, ich wollte die Kette haben, okay. Und wieder. Okay, ich habe zwei Hände nicht mehr gekostet. Ah, das war's. Ah, das war perfekt. Ich will mit einem starken Mann kämpfen. Arcade. Schwierigkeiten gerade bleibt erst mal wieder. Mal schauen wie die K.A.E. noch weiter kommt auf diese Art und Weise. Ja genau. So gegen den Bengen. Okay, mal schauen wie bei der K.A.E. kommt. Rosmarine. Okay, mal schauen. Ah, da habe ich nicht ganz geschafft. Hm? Okay, gut. Und? Zeige ich, dass ich ihm die Lernstattel? Jawoll! Perfekt! Ihr habt's nicht mehr gezeigt, wie man perfekt gewinnt. Hehehe. Dann sagt er es ja auch tatsächlich. Rosmarine. Oh. Das ist wirklich eine Einheit. Nein, ich werde einen Ball zum Rhen. Ich werde einen ganz guten Ball zum Rhen. Okay. Würde nicht. Ich kann ihn nicht. Nein, ich werde einen Ball zum Rhen. Oh, ich werde einen Ball zum Rhen. 30 mal, ok, die ist ja unabendlich, so gut, herfst du mir, oh, sind schon beinahe, soll ich speichern, nee, lieber nichts, mache ich mal nichts, kann speichern, ok, gegen Schaoni, bei mir, 3, 2, 1, ready, go, ja, sehr gut, jetzt hat's, oh, was machst du, oh, da habe ich versucht, den Kommer zu zeigen, aber ich kann es auch nicht mehr weg, nee, darum kann er es auch nicht, ah, haha, das habe ich eigentlich nicht so gezeigt, aber egal, ja, die hat einen Versuch, den musst du machen, nee, aber der hat sich irgendwie nicht so richtig gespanntert, nee, ah, musst du ja öfters machen, nee, okay, muss ich mich aktivieren, nein, nee, ja, da war, ah, aber ich, wenn ich, wenn ich kommentieren kann, muss ich halt einfach interessieren, Was ist das? Das ist besser als gar nichts. Ah, da habe ich mal gezeigt. Okay, 2.0. Ah, das ist einfach was machen. Ah, 2.0. Ah, kurz gemacht. So. Ah, nicht ganz geschafft. Okay, ich glaube ja auch nicht. Oh. Wieder 3.0. Nun kann wo ich ihn ohne Massage reagieren, da reagiert der schlechte Hand. Das habe ich schon mal gemerkt mehrmals. Dann macht er irgendwie nichts. Okay. Okay. Da? Nein. Okay. Aber da darf ich nicht mehr da. Okay. Reift guter. Ah, falsch gemacht. Da habe ich eingeschränkt gekauft. Draußen gewonnen. Ho, ho, ho. Sonst hat er immer verloren in diese Runde. In diese Runde. Go! Oh, ho, ho. Oh! Oh! Aber, traf ihn mal zu kasten. Okay. Dann wollen wir ihn gegen Kompon. Okay, BDT. Der hat gesessen? Er schaut nur zu mir und hat er... Los, mach Ende. Okay, der weiß nicht was los ist. Das kann auch passieren. Okay, klar, okay. Er muss Schlaf machen. Wenn er am Boden ist, muss er schlagen. Ja, da. Nicht den Dritten machen. Ah. Vor allem, wenn er schon dachte er am Boden ist. So hat er los, okay. Ah, der Komma hat er versucht, ne? Ach, schau, nur das kurz zu probieren, ne? Ah. Dann eben, ahaha. Stattel-Tattel. Wieder ist er krass gewonnen. Okay, bei den Schaulings dann Körner, oder? Keine Ahnung, schon hart zu machen, ne? Ne, dann mal durchkommt's. Okay, gegen Kagamaro. Ah, so weit ist er bis jetzt gekommen, und dann war's immer Schluss. Beim letzten Mal. Los. Ah, aber ich bin nicht so hart. Okay, dann mal zurück. Jawoll. Jawoll, das hab ich gesagt. Hahaha. Genau, das hab ich in der Welt gesagt. Ich bin nicht so hart. Da hab ich geickstackig in meinem Kopf noch mal. Ah, schon. Ah, das war's. Okay, was war's noch? Ah, war's noch? Oh, war's noch. Oh, war's noch. Ah, war's noch. Kann ich das für mich für den Schauling, nicht so. Ich bin nicht so hart. Wache noch ein bisschen und dann ausmügelenkt. Ok, dann kommen wir da nicht in den Platz. Ah, aber Conan kann jetzt nicht kurz. Oh, gut kann doch noch. Ok, ich kann noch aufholen. Ah, von wegen. 30 Sekunden noch zu treffen. Er ist noch gewesen. Ah, das war der Schnerz. Oh, war's gut? Ne. Bring out, oder? Schon wieder, Alter. Jetzt gibt's noch nichts. Ja, bleibt hier, wir sind nach vorne geliebt. Also. Jetzt aber. Okay, wir sind fertig. Nach Karte Mario ist echt wieder geschlossen, ne? Nein! Ne, 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 genau. Oh, es war gut. Aber es ist schon viel besser geworden. Okay, das war's dann. Wir sind da ein bisschen links mehr, aber das war nicht so kurz. Auch wenn der Karte Mario nicht ganz gesehen kommt, ne. War das noch nicht das Ende. Ne. Das war das Ende. Tschau. Scheiße, geh nicht.